Schnell, Moment! Mal etwas anders einsetzen, so! Besser hier auch nicht! Moment! Die will ich umgehen! Scheiss auf die! So, tschüss! Teufelsbrutaufzug Boah, das ist für uns! Speziell für uns! Das aber nicht! Ähm... Ok, da fehlt wohl noch was! Sieht aus wie ein Schalter für einen Aufzug! Irgendwas fehlt da, aber... Na, ist ja immer so! Ok! Eingang zum verbotenen Land! Ah, hier sind wir! Ok, wo kommt das auf einmal her? Oh, da sehe ich gerade, die haben ein paar Smileys! Eine Energiequelle wurde aktiviert! Nebenan ist ein lautes Einschnappen zu hören, als würden so Teile zusammengesteckt! Ok, muss ich jetzt das Auge hier zerstören! Moment! Wo kommt das auf einmal her? Oder so ist das hier, der Leviathan! Ach stimmt, das war der Leviathan! Ähm... Ok! Ok! Ja, der Chester! Hm... Ok! Hat's jetzt geklappt! Hä, was ist denn jetzt los? Etwas nebenan! Ist was passiert! Hier drüben oder woanders! Was ist das? Äh... Na gut, hier ist sonst nichts weiter! Hm... Ok! Dann nochmal zurück! Fragezeichen! Oder was ist hier los? Was denn jetzt? Ok! Eine gewarte Kraft lässt den Turm schwanken! Es fühlt sich an, als würde er sich drehen! Ok, ist das passiert? Hat er sich gedreht? Ist jetzt hier was Neues? Ok! Warte mal kurz! Hat sich hier was verändert? Hm... Kurz überprüfen! Ich bin neugierig! Na gut, wir müssen später zurück! Hat sich geklärt! Oh Gott! Tudududu! Ja! So! Kann ich das gar nicht wieder aktivieren? Was passiert, wenn ich das nochmal mache? Ok... Ähm... Oberaunter, hier der Chaussee! Jetzt bin ich auch ganz woanders! Ok... Besond. Hier kann ich nochmal drehen. Hm. Oder das ist... Ist das für eine andere Tür? Okay. Gerade verwirrend. Dieser Turm. Seltsam erbaut. Und alles nur, um nach oben zu gelangen. Hm. So. Du-du-du-du-du-du. Dankeschön. So. Ab nach unten. Okay. Wunderweg. Oho. Da ist ein Item. Okay. Orihalkon Fragment. Okay. Muss vervollständigt werden. Alles klar. Das heißt, wir müssen das tun. So. Ihr seid egal. Tschüss. Autsch. 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 Das war schlecht. So. Tschüss. B-b-b-b-b. Autsch. arek. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt das da mache? Ja. Gewordene Kraft. Ist doch toll. Dann frage ich mich, ob die da oben, Agam und Jesser, sich wundern, was hier passiert mit dem Turm die ganze Zeit. Es dreht und dreht und dreht sich. Ach du Scheisse. Äh. Autsch, das war nicht toll. Okay, wir haben die lange gekostet und das ist auch nicht so toll. So, gib her und tschüss. Danke für das zweite Stück, ist aber nett. Geh weg. So, nochmal drehen. Gott. Ist das gleiche? Okay. Wollte ich mal testen. Na dann. Jetzt mit der beschissenen Kamerasicht. Hier hin zurück. So. Okay, jetzt einmal hier. Gott. Noch einmal. Perfekt. Hast besser geklappt als der andere Weg. Hm. Jetzt bin ich hier wieder. Okay. Ähm. Ach, okay. Ich muss nochmal drehen. Ja. Ach so. Mehr ist jetzt wie verarschen Spiel. Verdammt. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. So. Noch einmal drehen. Du, 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 du. Crossline. Crossline. Okay. Huch. So, wo ist denn der andere jetzt Da bist du Geh weg So Können wir jetzt weitermachen Okay, jetzt das hier noch So, hast du Heilung So Das hab ich gar nicht gesehen Das ist ja mies Okay, da war was zum Drehen Das hat er gesehen Ach du Scheiße Ach du Scheiße Okay So, tschüss Hm, kommst du Schaden da Na, natürlich nicht So, tschüss Gut Die Jungen Die Jungen Die Jungen Die Jungen Okay Was hab ich da erwischt Na, was du warst So, Schnauze hier Okay Wann das alle Gut Okay, das hätten wir Schön Okay Das ist ne Kamerasicht Puh Das war knapp alle Okay, das war Das kann man jetzt unerwartet Ich dachte, wir hätten es geschafft Da hab ich aber Glück gehabt Okay, jetzt müssen wir noch da drüben drehen Das hier Bla, 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 bla Okay, wo müssen wir jetzt hin Zum unterirdischen See, oder? Äh Okay, ich hab keinen Plan, wohin jetzt Ach man, will sie verarschen Kommt ihr weg Moment So 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 So, so, so Und wo bin ich jetzt Machen wir durchgegangen Ähm, okay Hä, wie sind wir doch jetzt wieder hier? What the fuck? Dieser Pfad führt zurück in die Welt der Menschen Wer den Eingang zur Dämonenwelt finden will Muss vom zentralen Weg himmelwärts ziehen Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite Alles klar Spiralgang Ah, jetzt sind wir hier wieder Der Sand Hm 15.000, okay Sparen wir noch ein bisschen Für den SE Blue Orb Und das Licht Ist nicht mehr da Okay Der Auftrag ist verschwunden Was genau sollen wir jetzt hier unten Die Arena schon wieder Ach ne Nein Okay Fragment Dankeschön Geht's aber nett Ah ne Verpiss dich Ja, aber echt Sprudender Korridor Der sprudelt Okay, interessant Ja, was es nicht alles gibt Hm Jetzt bin ich hier wieder Toll Sind wir da nicht vorhin nach oben gefahren? Wir brauchen uns halt das Motorrad Wo ist denn hier noch eins? Oder, ach stimmt Wir können hier mit dem Brunnen da zurück Okay Okay, hier war sonst eh nix mehr Oh, so ein bisschen Orb Na schön Was ist los? Okay Wir machen das So ein Lärm Bullseye Banzai Hier fahren wir schon lange nicht mehr Okay, was hat das denn? So Äh, hier hat alles angefangen Na gut, fast hier So Hm Wir können ganz zurück Interessant Wow, das war ja toll So So Nenn das Die alten Gegner Jetzt habt ihr keine Chance Nice Ja, wir sind hier noch So So Nennö So, bleibt mal stehen hier Ach, Schnauze Warte, die Faschen So Nennö So, nimmt das Geil Stufe 3 R-Trick Ja, ans Halten und da drücken Während sie den linken Stick in Richtung Und jetzt in Richtung des Gegners halten Ja, Trick, okay Und was macht das? Hm Triple Dash Schnell dreimal hintereinander Das ist ja cool So So Muss ein bisschen nach vorne gehen Keine Chance Du Penner Schnell einsammeln Bevor es erlischt Nein, es ist weg So, nimmt das Ich sehe zwar nichts, aber es trifft So, tot Ist tot, schön Danke So Hier hat alles angefangen Schön Ne, überhaupt etwas Nö, hier ist nix Ja, dann tschüss Ging noch was Nostalgie Hier hin Autsch So, ist aber weg hier Tschüss Genug in Nostalgie geschwänzt Genug in Nostalgie geschwänzt Genug in Nostalgie geschwänzt So Tja Wir sind jetzt hier Achso So Jetzt muss ich hier nochmal alles durch Noch, na schön So Aktivieren Und tschüss Schnellfeuer So So Jetzt mal durch Oh Shit So Ich bin so schnell weg Shit Kommt näher Zerstört Perfekt Wo noch mehr Na los Wacht auf So So Okay, da liegt noch ein Item Was liegt denn da? Heilung Das ist ja schön Okay, sonst nix mehr Dann müssen wir den ganzen Weg zurück Okay, die sind jetzt mal legal Hostaline Hostaline Ich trink mal was So, ich hab's gewagt Tschüss Mach's gut Okay Schnellstraße zur Hölle Obwieso seid ihr schon wieder hier? Was sollt denn der Scheiß? Was sollt denn der Scheiß? Drei Vier Fünf Sechs 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 Schüsse Schön Da hast du noch mehr So, alle nochmal da Schön Ein letztes Mal spielen Tschüss Tschüss Kommt Stürb Der trifft nicht Okay Okay So Bitte treffen Erstmal den Der kommt näher Das ist nicht gut Töte ihn Töten Gott Gott Da ist bis so dran Dann kommst du durch die Tür Kleine Springer Kleine Springer hat er nicht drauf Ist ja traurig Was ist los Was ist los Achso Das sind die Läufer Das sind die Läufer Ich geh einfach mal Ich hab sonst keine Ahnung wohin Das war ja klar Das war sowas von klar Das war sowas von klar Öh, schon wieder Rautsch So, Nummer eins Jetzt bist du wieder da Scheisse Geh schnell drauf So, geh weg Das ist echt scheisse hier Geh schnell drauf, du störst Ja, da kann man echt nicht ausweifen Das ist mega scheisse Das ist mega scheisse hier Mit dir Nur mit Glück Trifft ihn nicht Das ist setzend Und ich hoffe das ist überhaupt Der richtige Weg Bitte sei der richtige Weg Das wäre schön Aber ich glaube ja, wir kommen da jetzt hier zum Turm Wir müssen da den anderen Weg nochmal hin Irgendwie Und dann so zu diesem Aufzug Irgendwie so habe ich einen Weg im Kopf Hm So Und dann Na, warte mal Hier einsetzen Hier kann ich gar nichts einsetzen Ich kann es nicht einmal aktivieren Ich kann es nicht einmal aktivieren Okay Dann, äh, irgendwie anders Hm Na, die Wege hier sind echt verwirrend Okay Okay Hm Das bin ich hier Ach Ah, was So So, da wird das jetzt gesehen Dankeschön Dankeschön Und da ist nix, okay Na, schön Guinen Hm Nee, warte, hier ist ja kein Weg Hier ist ja kein Weg mehr Und wo bleibt Virgil? Wie lange braucht der denn? Ach, fuck Das war der falsche Weg Ach, fuck Wo da? Moment, was ist hier? Na, wahrscheinlich nix Hä? Okay, wie komme ich jetzt hier zu diesem anderen Aufzug Da muss ich hin Aber wie? Wie? Verdammt Verdammt, das war alles umsonst Hä? Hä? Okay, ich bin verwirrt Ich weiß nicht mehr weiter, wohin Wo muss ich jetzt hinlatschen? Hm Da kann doch nix tun Hm Hier ist auch nix Hä? Ah, toll, jetzt kommt das wieder Können wir jetzt einfach so hingehen, bitte? Natürlich nicht Die müssen jedes Mal kommen, ist klar Wir spielen, die Länge zu ziehen Na komm, ist mir egal Geh kacken So, du kannst auch kacken gehen Geh kacken Geh kacken So So Ich glaube, es ist noch nicht tot Geh weg Hast du es mal, du blöde Hexen? Geh kack'n hier Verpiss dich So, und endlich Danke für die Heilung Okay, wo müssen wir hin? Hä? Erstmal das einkaufen Dankeschön